Es explodiert sich als sein, als nicht allgemein. Es explodiert sich als streng in der Grund und alle erkennenswerten Grund. Abstaktion, du wartet ja fast. Ich denke aus einer Hass, ich schreibe das zur richtigen Zeit. Ja, mach das ja fast, mach das ein. Ohne Sinn, sinnlos ist das, was ein Mensch vergisst. Und hat alt ist ein großer Mist. Und richtig das, was er frisst. Es ist das Lebensnotwendigste Ding. Es ist ein Sinn. Und dann, es ist ein Untergang, wenn auch zum Klang. Dort ist das formuliert, was zur Erleuchtung führt. Und Menschlein, ich als Hypertier, ich denke, als das Allwälderl herfür. Ach, wir, meine ihr. Wir, wir. Bladara. Es ist ein Sohn. Es ist ein Bild. Es ist ein Werk. Er hat geboren aus dieser Abstaktion. Und an diesem müssen wir uns messen. An diesem geht es weiter. An diesem wird die Zukunft sichtbar. Ich werde diese Weltall mich ausblenden. Ich möchte mich ausblenden. Ich möchte ein, zwei, eine Ruhe haben. Ruhe. Ich werde einen Kampf darstellen. Ich möchte Frieden geben. Ich möchte Liebe geben. Ich möchte Frieden, Frieden. Was bleibt? Das Erinnerung. Die Vergangenheit. Es wird die Zeit aufgeteilt, gesprengt. Es werden die Worte sinnlos erscheinen. Wir werden jetzt nur noch malen, nur noch eine andere Welt darstellen, wo gesungen ist. Die Lieblichkeit. die in der fröhne Hand hingestellt, der Projekt, also der Schrift, seine Schriftform, der seine Stier einführt, es wird hier in der Hebelnach zusammen angeführt, eben ein, was auch der künfte Vortrag, das erscheint, was wichtig ist, es wird schiebstes Eind in dieser Welt, der Farb der Offenheit, das ist unser Welt Offenheit, das ist wie ein kraftvolles Künft, Leute, die Zeit nicht anhalten, und hier ist der Vogel gespannt, das Bauwerk, die Ebene 1, wird erschaffen, wird immer wieder neu mit Leben gefüllt, und in ihm findet das Leben eine neue Auslussform, die Spiegel in die Perfektion des Lichtes, im Scheinwerfer, in der Menschheit, in ihrem kleinsten Dasein, in der gespielten Welt, im Theaterstück, in diesem kleinen, das zeigt sich die Größe, und er liest, und er hat einen Bart, und er liest, Worte, das sind so ein besonderer Sotter, die mit Kritik überhöft sind, er kritisiert, und Josef Beuth, er kritisiert die Kunst, und er liest ein Werk dessen, und er reflektiert das Licht, das vom Scheinwerfer auf ihn heruntergeht, bei Stiebel und Mahl, so sagt er sich, der Mahler, der das Lied hier spricht. Ich liebe es doch bei dieser Klass, bei dieser Uhr, gestrümmen. So ist es auch, diese Kraft, die sich immer zeigt. So wandelt sie sich diese Zeit, kann man nicht sagen, dass sie dann verschmeckt ist, oder so, sagt, wo bleibt doch immer dieses Entbrechen, das sie findet, findet, findet. Okay. Jetzt müssen Sie das Ding, das schön, so weit, so gut traurig, das haben Sie irgendwas, wir haben, um dieses zu bedienen, und dieser Kraft hat die Rückkehr in dir. Ja. Ja. Wir schaffen es, des Lebens, des Lebens. Leid dich dem Kopf, seid froh, seid froh. Schaut in die, bist du, schaut so. Ich kann es wohl herbeibeschwören, doch, ob es ist, ob Ewigkeit. Es ist nicht so, es ist ein Wunder, was da geil ist, aber immer wieder. Der Raum, der so entstandlich, bleibt immer wieder. Die Sonne ist trocken. Das ist auch sicher raus. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.